. Ich warte schon lange darauf, endlich wieder mal das Kinderfest. Wir haben früher mal Tanzen geübt, dann noch zweimal auf den Bühnen. Heute habe ich mich wieder wie ein Kind gefühlt, als ich im Luzerland oben sah, den Böller gehört habe. Ich fahre dann ins Dorf, habe Tambour gehört. Dann musste ich gleich brüllen. Ich würde sagen, das Kinderfest ist das Schönste. Wirklich das Schönste, was im Jahr sein kann. Deswegen finde ich es auch gut, dass es jedes zweite Jahr ist und nicht jedes Jahr, sonst wäre es nichts Spezielles mehr. Allermeisten freue ich mich auf den Tanz und auf die Hüpfburg und auf die Aufführungen von der anderen Klasse. Rundfunk! Man sieht sehr hoch. Man sieht schön. Ja, meine ich brauche! Nein, ich brauche damit. Aber sie ist so ernst. Aber es geht auch immer weiter! ich brauche dann auch hier. ourliade. Ich brauche zu tun. Ich brauche mir zu tun. Ich sehe meine alten Lehrer, ich sehe die Leute, mit denen ich in die Schule gehe. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man diese Menschen nicht vergisst. Das Kinderfest ist ein Grund, um friedlich mit möglichst vielen Leuten zusammenzuziehen und auch die Kinder selber zu feiern. Das ist das grösste Gut, das wir haben bei uns. Und diese feiern wir heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was? Ich finde es wichtig, dass auch wir Alten immer noch ein Teil Kinder bleiben. Die strahlenden Kinderaugen geben mir so eine Botschaft, auch wenn es mehrmals ein riesiger Knopf ist, bis alles steht. Aber es lohnt sich, die Freude zu sehen, wie die Kinder einfach so unterwegs sind und es geniessen. Das ist einfach Freude pur. Am meisten freue ich mich am Kinderfest auf die Gemeinsamkeit mit den Kollegen. Am Abend, einfach der ganze Wipe statt Schule. Am Abend. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.